Und herzlich willkommen zurück zu meinem Barbaren Invasion Let's Play. Eine Info gleich vorne weg. Und zwar, mir ist aufgefallen, nachdem wir eine Schlacht fast zu Ende war oder vorbei war, bricht Fraps die Aufnahme ab. Das Video ist, aber er nimmt gleich ein neues Video auf. Äh, ich weiß nicht warum, ich versuche demnächst ein Render-Programm zu kriegen. Ähm, womit ich, äh, die Videos zusammenschneiden kann. Und wie gesagt, ja, die Videos zusammenschneiden kann, damit ihr Ende der Schlacht sehen könnt. Ähm, ja. Sobald ich es hab, ich werde euch informieren, mein derzeitiges Render-Programm ist nicht dafür geeignet, Video zusammenzuschneiden. Äh, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr für mich eins habt, welches ihr mir empfehlen könnt. Ich werde mir die, das denn angucken. Dieses Render-Programm. Und wir werden sehen, ob das gut ist oder nicht. Ja. Aber jetzt zurück dazu. Ich habe, äh, schon mal, äh, versucht, auch, äh, wollte eine Aufnahme starten. Ich habe F9 gedrückt, was bei mir Aufnahme bei Fraps ist, aber Fraps hab komischerweise nicht aufgenommen. Und so plappere ich und plappere ich und plappere ich, so 20 Minuten lang. Und hab festgestellt, dann, wo ich den Part beenden wollte, Fraps nimmt nicht auf. Aber dadurch konnte ich sehen, was in den nächsten Runden passieren wird. Ich weiß es, ich will es euch jetzt nicht sagen. Ich sag nur, es hat was mit den Römern zu tun. Und, ja. Jetzt hoffe ich, nimmt er auf und wir sehen, nehmt dann die nächste Runde. Wir werden auf jeden Fall mit den Feinden der Römer erst mal reden müssen und ein Bündnis herausschlagen. Manch einer kann sich schon denken, was passieren wird. Attentäter verfeiert sind es hier. Okay. Merkmal verloren. Schlitzer. Okay. Was nicht gut ist. Wir machen weiter. Das ist der Minus, was noch schlimmer ist. Feuerigkeit, Rudolf. Bau abgeschlossen. Glückwunsch Frank, die Heldenhalle. Ganz wichtig, die brauchen wir. Brauchen wir gleich mal zwei davon. So, gegen diese Armee müssen wir vorgehen. Er hat mich jetzt angreifend. Die Schlacht automatisch durchführen lassen. Klar ist es. Die Tiere im Mann verloren. Wir haben das Land erhobert. Ja. Brauchen wir Geld. Einbauern, bitte. So. Mein Spion. Zu Diensten. Schicken wir in die römische Kleinstadt. Unterwegs. Es geht nicht weiter. Weiter geht es nicht. Der Stand ist weg. Los. Auf jeden Fall müssen wir unseren Diplomaten einsetzen. Er sollte. Ja. Hier ist er. Euer Ehren. Den schicken wir hier runter. Weiter geht es nicht. Euer Ehren. Ich kann nicht weiter. Okay. Ja. Und wir werden jetzt Champos Friese einnehmen. General. Zerstören. Das war auch automatisch. Die Römer haben nichts gemacht. Werden die Bevölkerung ausradiert. Ich weiß, es ist nicht nett gegen die Bevölkerung. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall das Geld. Und wir können nicht mal Bauern importieren. So. Haben wir eine Einheit. Söldne. Die stark beschädigt ist. Ich würde sagen. Oh. Ich brauche noch nicht mehr. Und zwar nur 92 Mann. Aber ich weiß nicht. Ja. Sieht ihr die 92 Mann. Helfen aber auch. Brauchst du noch einen Diplomaten. Die Folge vergrößert sich. Schnell. Breiter. Widerstand. Ist zwecklos. Das Franki da hat er da. Baut ihr. Hier. Das war auf jeden Fall. Was hat er hier drin an seiner Armee? Okay. Okay. Das war ein tieritechnisch. Ich bin zwar locker unterlegen. Ich brauchst mir mal einmal Räuber. Einmal zwei Speerträger. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Manch einer weiß schon was kommen wird. Wenn ich auf einmal so viele Truppen an der Grenze von Rom rekrutieren werde. Mache. Denn. Ja. Ich warte eigentlich. Ein Volk auf der Flucht. Die Goaten. Ja. So wie die Vandalen. Und am Anfang. Und die Vandalen haben jetzt eine neue Heimat. Ja. Meine Provinz erobert. Eine Stadt. Ein Dorf. Ja. Und wir machen Plus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich denke, es ist eine Seite. Tanzrett. Angriffslustig. Das bist du. Mh. Ja. Baubericht. Champos Marko Mani hat die Dings fertig. Ich brauchst hier mal den Aufmarschplatz. Champos Fisi hat die Holzpalisade fertig. Da wird auf jeden Fall die Taverne benötigt. Rekrutierungsbericht ist egal. Champos Fisi wird jetzt ein Diplomat rekrutiert. Ja. Okay. Eigentlich können wir schon in die nächste. Nein. Unseren Diplomaten habe ich vergessen. Der sich dort befindet. Euer Ehre. Sofort. Denen gehört das. Das gehört immer noch den. Und jetzt wird wahrscheinlich das passieren. Was auch vorhin passiert ist. Die Römer erklären uns den Krieg. Wir werden belagert. Das meinte ich. Eine neue Heimat. Die Goten. Betrug. Die Römer des westlichen Reiches haben uns bedrohend. Wir machen. Leichtes Mieser. Baue ich Champoschati. Mit dem Markt fertig. Hm. Heiliger Heiner Donau. Okay. Wir haben hier noch was. Osthema-Adirodung. Gebrauchen Geld. die fahrung oder uns durch landwirtschaft was mir wird da kann man nicht weiter sind die nomaden ja wenn wir jetzt hier begeben ja mein herr ich rede mit ihnen weiter geht das mal ob sie vielleicht doch nicht zur vernunft kommen wollen wir werden jetzt angreifen ja die schlacht nach nur zu ende der runde wir brauchen keine sollten mit wasser in der bild armee belagert er uns eine starken würde ich schätzen ja da werden wir wahrscheinlich keine chance haben außer wir schaffen uns ein general zu töten denn das ist ein fernkrieg vielleicht schaffen werden aber infanterie technisch sind wir locker unter legen ok nein wir ziehen uns auf jeden fall zurück wir kosten alle mannen wird auch auf jeden fall fallen aber vorher holen wir uns noch mal eine einheit bogenschützen was hat er hier dramatische hilfstrom also gegen die römer sind wir anscheinend hoffnungslos unterlegen und wir werden uns bald auch hier raus ziehen müssen und uns diese kleinen stadt anhalten zu holen bald eben tätig fast unsere schlacht und vergessen wir uns jetzt schlagen werden ja wir werden diese schlachten automatisch haben sehr viel mehr so bewegt sich sofort hier die römer sollten wissen was davon haben okay das sind die wandalen oder was sind das wir werden es unsere diplomatischen verbindungen ja den waren der halte mit ihnen wer sind das ja mit dem sollten wir auf jeden fall ich rede mit ihnen okay ein bündnis hätte ich ganz gerne gut denn sie sind auf welche sofort ja meister weiter geht es nicht ich kann nicht weiter agent entdeckt agent entdeckt und im bericht volk auf der flucht die wandalen wieder auf der flucht baubericht focus no money hat die heldenhalle fertig die wir auf jeden fall brauchen hier willst du mir ja bitte hohen steuersatz wir brauchen geld aus dem heiligen heiligen heilen alles lagerung noch mal abbrechen mein herr ach stimmt ja befehle tötet sie siedlung wird belagert so belagerst die mir mal bitte die siedlung wird belagert das spion war hier bei augustadt